Ein Kerl kommt nachts völlig betrunken nach Hause. Er schwankt durch die Tür und wird von seiner grimmigen Frau empfangen, die ganz und gar nicht glücklich ist. Wo zum Teufel warst du die ganze Nacht? verlangte sie zu wissen. In dieser neuen Bar, sagte er. Sie heißt Golden Lounge. Alles dort ist golden. Es hat riesige goldene Türen, einen goldenen Boden und sogar das Urinal ist aus Gold. Die Frau glaubt seiner Geschichte immer noch nicht. Also überprüft sie am nächsten Tag das Telefonbuch und findet einen Ort auf der anderen Seite der Stadt namens Golden Lounge. Sie ruft dort an, um die Geschichte ihres Manners zu überprüfen. Ist da das Golden Lounge? fragt sie, als der Barkeeper ans Telefon geht. Ja genau, hier sind sie richtig, antwortet der Barkeeper. Habt ihr riesige goldene Türen? fragt sie. Natürlich haben wir die, versicherte der Barkeeper. Habt ihr auch einen goldenen Fußboden? fragte sie. Ganz sicher, antwortete der Barkeeper. Und diese goldenen Urinale, habt ihr die auch? fragte sie skeptisch. Es folgte eine lange Pause. Dann hörte die Frau den Barkeeper rufen. Hey Martin! Ich glaube, ich habe einen Hinweis auf den Kerl, der gestern Nacht in dein Saxofon gepinkelt hat. ist es zu viel Seitens. gerät. its jaja aus jaja 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 jaja